Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um Frameworks und Plugins. Das bedeutet so viel wie, wie kann ich mein Programm möglichst erweiterbar machen. Und das ist gar nicht so schwer, wie es sich jetzt vielleicht anhört, aber das ist tatsächlich alles, was ich euch mitgebracht habe. Hier also diese eine kleine Folge hier mit quasi nichts drauf. Es ist wirklich so simpel. Und zwar, das Ganze funktioniert nach dem sogenannten Hollywood-Prinzip. Das Prinzip heißt, don't call us, we'll call you. Das heißt, ruf uns nicht an, wir melden uns bei dir. Was heißt das jetzt genau? Naja, nehmen wir mal an, ihr habt ein Hauptprogramm. Also irgendwas, was wirklich eigentlich schon voll funktionsfähig ist und eigentlich noch Plugins von zum Beispiel Usern geschrieben werden können. Also sowas wie Chrome Plugins oder Browser Plugins oder Firefox Plugins generell einfach mal. Dann ja, A, B, C und so weiter. Jedes, ja keine Ahnung, jede Software hat mittlerweile irgendwelche Erweiterungen rumfahren. Und was heißt das jetzt tatsächlich? Man hat sozusagen einfach einen Ordner und dort sind zum Beispiel für jede Erweiterung ein ZIP-Archiv zum Beispiel drin. Und beim Start des Programms wird dann einfach der komplette Ordner durchgesucht, nach welcher Anwendung habe ich da. Und für jede Erweiterung, die ich da drin habe, rufe ich einfach, also kompiliere ich mir sozusagen diese Erweiterung oder verarbeite sie halt so, dass sie mein Hauptprogramm versteht. Und dann rufe ich genau eine Methode auf. Und diese eine Methode setzt die komplette Erweiterung in Gang. Das heißt zum Beispiel, falls ihr euch ans Battle of AI erinnert, das komplette Battle of AI hat funktioniert ohne irgendwelche Erweiterungen in Anführungsstrichen. Das heißt ohne die KIs in dem Sinne. Aber man hat angegeben, hey, ich habe hier KI 1 und ich habe KI 2. Und KI 1 und KI 2 hatten jeweils genau eine einzige Methode, über die das Hauptprogramm dann auf diese beiden KIs zugreifen konnte. Und die haben dann sozusagen wirklich alles berechnet, was diese KI zum Spielen von Core benötigt hatte. Und ja, das war eigentlich alles eine Erweiterung. Denn sie hat einfach nur eine einzige Schnittstelle implementiert. Also sprich, genau eine Methode war da, die sie implementieren musste. Alles andere war komplett freigestellt. Also man konnte da mehrere Klassen, mehrere, keine Ahnung was alles machen. Und so funktioniert es eigentlich bei jedem normal großen Programm, sage ich jetzt mal. Und dass man einfach den Source Code irgendwie hat. Und dann eben genau eine Methode ist mein Einstiegspunkt für diese Erweiterung. Ja, und so easy ist es eigentlich auch tatsächlich schon. Und deswegen war es das eigentlich schon für dieses Video. Das heißt, oftmals passiert es natürlich so, dass man, wenn man den Code kompilieren muss, und man hat ihn als Source Code gegeben, muss man irgendwie sowas wie in Java Reflections oder sowas einsetzen, damit man den Code quasi on the fly kompilieren kann. Aber selbst das funktioniert und das wird auch tatsächlich gemacht. Das ist eigentlich heutzutage Standard, auch wenn man es lernt, dass es normalerweise nicht so schöner Stil ist. Wenn man mit Reflections arbeitet bei Erweiterungen, ist das absolut normal, dass man mit Reflections, also mit on the fly kompilieren oder sowas arbeitet. Okay, ja und das war es eigentlich auch tatsächlich jetzt schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden. Und wir hören uns beim nächsten Mal schon wieder. Bis dann. Ciao.